Wie kann ich mein Zuhause noch gemütlicher gestalten? Auch in diesem Jahr haben sich darüber nahezu 1000 Aussteller die Köpfe zerbrochen. Ihre innovativen Ideen präsentieren Sie jetzt auf der Heim- und Handwerkmesse. Das glaubt mir wahrscheinlich auch keiner, dass ich hier auf der Messe an einer Wand rieche, aber es riecht so gut nach Kaffee. Wir finden, dass es wieder zurückgeht zum Ursprung, also wirklich, dass man erdige Materialien, ehrliche Materialien in die Küche einbaut. Der Paketbote hebt den Deckel, der Sack entrollt sich automatisch und das Paket wird abgelegt. Über 140.000 Besucher wollen die verschiedenen Welten des Heim- und Handwerks entdecken. Sie wollen sich exotische Lifestyles ansehen und luxuriöse Küchen planen lassen. Wollen wir uns informieren, weil wir nächstes Jahr einen Hausbau vorhaben und da schauen wir ganz einfach rum, was uns gefällt und wir holen uns Inspirationen. Ich suche heute nichts Spezielles, aber ich muss auf dem Laufenden bleiben. Hier wird alles aus der Region und auch umliegend Italien, Österreich angeboten und das ist sehr interessant, alle Jahre wieder. Einfach nur einen Tag genießen und da ist natürlich Heim- und Handwerk gut dafür. Wir sind live für Sie dabei auf der Messe München mit spannenden Interviews und Filmbeiträgen. Ab sofort auf Messeblick TV. Es geht um mich, Bis zum nächsten Mal. Gecemos. Bis zum nächsten Mal.